Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4! Mit der Familie Sommer und Maya! Ja, ich hab keine Ahnung warum die jetzt hier vorhin stehen. Ich komm jetzt im Spiel und dann stehen die im... oh ok die machen Techtel. Auf einmal stehen die hier vorne alle. Ich hab keine Ahnung woran das wird. Ab und zu ist das manchmal so. Oh was ist mit der? Oh die war aggressiv. Was mit ihr? Komm du kannst dich schon mal fertig machen. Du hast bestimmt gleich Schule. Danach kannst du von mir aus zur Schule gehen. Achso sie geht schon zur Schule. Ok. Voll aggressiv geht sie zur Schule. So, Freundschaften schließen. Achja. Und ihr? Zwei? Keine Ahnung? Verrückten Hühner? Wie wär's wenn ihr beide mal joggen gingen? Das ist doch cool. Joggen. Und du joggen. Haha. Ich sag die, sie sollen joggen gehen. Sollen sie so joggen gehen? Nein. Sollen sie nicht. Ach, die ziehen sich bestimmt erst jetzt um. Ja. Ja, lass ich. So, sie geht auch. Freundschaft schließen. Die sieht so cool aus mit den Haaren. Sie geht hier joggen. Und die andere geht hier joggen. Gina, 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 Gina. Ginas Outfit finde ich am besten. Die Hose mag ich. Und ihr Oberteil. Hä? Boah, sie hat auch so ne ähnliche Hose. Haha. Aber Gina ist am schnellsten zu Hause. Finn. Husten. 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 Finn. Das ist der gute Finn. So, danach kannst du ver- Öh, ist ja alles schlecht. Ihhh. So, danach kannst du von mir aus was essen. Und zwar das. Von mir aus kannst du danach baden. Und bei der Gina, die kann das auch. Gott sei Dank hab ich noch ein zweites Badezimmer. Ganz vergessen. Manchmal ist das ja so, dass ich so ein Gedanke habe, ja, das und das will ich bauen. Und dann hab ich das doch nicht gebaut. Ja. Aber das ist jetzt komplett andersrum. Jetzt hab ich das gebaut. Also so ein zweites Badezimmer. Und dann hab ich das vergessen, dass ich das gebaut hab. Also manchmal bin ich komisch. So, was ist mit euch? Seid ihr jetzt langsam fertig? Guck mal, ne nackte. Eine nackte. Eine nackte. Eine nacktidei. Siehst aber traurig aus, du nacktidei. Was heißt denn du? Katrin. Kleiner's. Nacktidei. Ja, ich find das so schade, dass man, wenn man... Ja, ich... Ja, du stinkst. Ja, du stinkst ja richtig. Dann geh doch nach Hause. Und geh dich waschen. Meine Güte, ich hab dich doch hier. Oder... Oh, du solltest erst mal aufräumen. Aber ja, gut. Dann machen wir das jetzt schon so. Und dann kannst du hier aufräumen. Irgendjemand hat seine Hausaufgaben vergessen. Aber er steht nicht von wem es gehört. Das find ich auch bescheuert, ne? Danach kannst du von mir aus... was essen. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht... Sorry. Ja. Meine Güte. Oh, sie ist auch noch müde. Ne, Hygiene. Ah. Hygiene, mein Gott. Na, sie kann jetzt erstmal was essen. Hast du ja verdient. Wann musst du denn wieder arbeiten? Um 16 Uhr. Gut, du kannst noch ein bisschen schlafen. Was ist jetzt hier wieder in Sims 4 los? Hallo? Jetzt. Bescheuert. Ja, leg es einfach hier auf dem Brunnen hin. Das macht überhaupt nichts. Blöde. So. Und du? Bist du auch gleich fertig? Achso, du isst. Ja, wie wärs, wenn du hier auch mal aufräumst? Mhm. Oh. Hannah, Hannah hat hier immerhin kennengelernt. Nelly und Alexander. Ähm. Ne. Sophie. Wie machst du denn alles kennengelernt? Christian hat weiß ich ja. Kannst ja eh damit dann... Kannst ja eh die Leute dann noch telefonieren. Katharina, da ist die Nockte. Mensch. Ach das ist der, okay. Äh. Oh. 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 Das ist doch ein kleines Kind. Mensch Leute. Was ist mit...? Komm mal. So. Wem hast du da kennengelernt? Warte mal. Machen wir mal hoch. Vanessa. Das sind die Kleen. Was ist Haus? Hausaufgaben machen. Wo hast du deine Hausaufgaben gelassen? Das frage ich mich jetzt echt. Wo hat sie ihre Hausaufgaben gelassen? Jetzt muss ich das erstmal suchen. Das finde ich echt doof, dass ich das suchen muss. Wo hat sie ihre Hausaufgaben gelassen? Da! Hausaufgaben machen. Wie findest du das? Und danach ein Inventar. Und bei dir das gleiche. Da bin ich wieder. Musste ganz kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Das geht jetzt schon. Hat sie jetzt ihre Hausaufgaben nochmal? Ja. Dann geh doch ins Bett. Im Moment sind sie echt nur am essen, trinken, schlafen, sich sauber machen. Keine Ahnung. Dann geh duschen und dann kannst du gerne von mir aus schlafen. So, sie macht gerade ihre Hausaufgaben. Oh Gott, im Moment ist echt Hölle auf Erden hier. Ah, du musst arbeiten und gehst nicht arbeiten. Was ist mit dir? Du kannst einen Film gucken. Oh Gott. Oh, was ist denn hier los? Film. Emma. Genau. So. Jetzt geh die Film ansehen. Die ist jetzt arbeiten. Fleißig arbeiten. Dass sie keinen Hunger hat. Doch, die hat Hunger. Ich lass sie hier ein bisschen schlafen und danach kann sie was essen. Dann kann sie kurz aufstehen. Kurz wecken. Essen. Dann kann sie wieder schlafen. Ach, hier war ein Fenster oder was? Da war ein Fenster. Was ist da los? Wohin ist mein Fenster weg. Das weiß auch keine Sau, ne? Wo mein Fenster hier weg ist. Jetzt sag mal, was ist denn hier los? Was geht hier ab? Da fehlt ein Fenster. So, dann kannst... Ähm, was kochen sollst du lieber nicht. Wie kann jetzt... Oh, bin ich jetzt voll Banane? Ja, natürlich bin ich Banane. So. Geh jetzt erstmal kurz was essen und danach... Kannst du vor mir auch schlafen. Wenn du aufstehst, kannst du gerne... Was ist da denn? Irgendwie mag ich ihre Frisur nicht. Ich mag ihre Frisur nicht. Ich weiß nicht warum. Ich musste ganz kurz... Ah ne, das mache ich dann in Offline-Modus. Nee, du hast hier dein eigenes Bett. Also geh jetzt da schlafen. Also unmöglich. Gina, Gina, Gina. Aber ich find die Teppiche so schön. Ich will die auch in echt haben. Und dieser Tisch. Genau. Das hat sie noch gut gegessen. Sehr gut, was ist mit ihr? Ja, sie braucht auch nur Spaß. Faktor. Hier. Geh joggen, dann geht's ihr besser. Den kannst du noch was... Essen... und dann... Schlafen. Von mir aus. Ihr geht's voll nicht gut? Und sie sagt... Geh joggen. Ach ja. Wo bist du jetzt joggen gegangen? Okay, da lang. Jaja. Hier blöffen, ne? Guck mal. Das ist ja toll, joggen. Was du hier da machst. Wie joggst du denn? Kannst du mir das sagen? Die bleibt stehen und dann, wenn ich hingucke, läuft sie. Ist ja so anstrengend. Ja. Aber ich mag ihre Frisur nicht. Ich glaub ich mach die in... Normale Frisuren geb ich... ...den beiden. Mal andere Frisuren wieder. Weil sie hätten so schönes pinkes Haar. Mal schauen. Hier Gartenarbeit muss sie auch noch alles machen. Ah, bewässern. Alles ernten. Mal schauen, ob das klappt. Ach, es ist schon Freitag. Okay. Mal schauen, ob das klappt. Mal schauen, ob das klappt. Ähm... Ah ne, sie will ja erwachsen werden. Dann muss ich das anders jetzt im Moment machen. Ach, sie kann ja schon. Warte mal. Merkmale. Äh... Was hat's da? 600. Stets willkommen. Ja, das klingt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Stets willkommen zu sein bedeutet, dass der Sim sich in den Häusern anderen wie zu Hause benimmt. Oh, das ist ja gut. Ja komm, das nehm ich. So, was hat sie? Oh, sie hat sogar mehr. Aber bei ihr gebe ich auch dieses Merkmal. Und... Ähm... Ja, wachsam gebe ich ihr auch. Aber bei ihr gebe ich ihr noch ein anderes... Warte mal. Ähm... Sport? Acht Stunden trainieren. Gibt's hier irgendwas mit Sammeln? Sammeln, Sammeln, Sammeln. Ich will was sammeln. Hier, Natur. Hier, Angeln. Angeln wäre gar nicht so schlecht. Machen wir mal das. Angeln. Hier, die Kleine steht auch schon auf. Fast auf. Machen wir jetzt. Komm, steh jetzt auf. Schaumbad. Ähm... Dann das mal essen. Sie macht ihr das erstmal. Du kannst... Erstmal auf Toilette gehen, wenn's dir... Du musst ja gar nicht. Irgendwas verpasst. Und... Bewässern. So, danach kann sie auch was essen. Öffnen. Äh... Das. So, ihr geht's total gut. Dann geh auf Toilette. Kannst mal aufhören zu daddeln. Ah, die Frisuren ändere ich... Außer bei ihr. Bei ihr lasse ich das mal. Ah, bei ihr die Frisur. Da steht sie überhaupt gar nicht irgendwie. Hab ich das Gefühl. Sieht irgendwie so doof aus. Hm. Ich lasse das erstmal. Ich lasse das erstmal. Ich lasse das erstmal. Genau, was essen. Genau, bewässer du mal. Und danach kannst du zur Schule gehen. Ich lasse die Frisuren jetzt erstmal. Mhm. Aber in Offline-Modus mach ich hier wieder ein Fenster rein. Und ich mach das hier weg. Auf jeden Fall. Das machst du mal weg. Na kommt, ihr müsst ein bisschen schneller, ne? Mädels. Macht mal hinne. Ihr müsst zur Schule. Okay. 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 Wie ich das damals gehasst habe. Immer frühmorgens gleich so diesen Stress. Schule, 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 Schule. So. Bist du jetzt noch fertig? Nicht quatschen. Essen. So. Jetzt geh. Lass es liegen und geh. Ach, sie ist auch schon. Gut. Nee, nicht fleißig lernen. Freundschaften schließen. Freundschaften schließen. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ähm. Kannst du hier mal weiter gießen? Das wär echt. Oder ist sie komplett fertig? Sieht aus, ob sie komplett fertig ist. Wär sehr gut. Sauber. Wer häult denn da? Ach so. Ähm. Schwere Auflammerung. Meine Güte. Ihr könnt doch zusammen einen Film gucken. Puh. Ach. Wo ist sie denn? Warum steht die denn? Oh. Warum setzt du dich nicht hier hin? So? Wo ist sie denn da? Wo ist sie denn da? Ein Verbrecher. Qualität ist denn so kacke. Was soll denn das? Fehler. Ich weiß gar nicht, dass sowas machbar ist. Weil du war. Ja, sonst drei. Ich glaub das geht auch gar nicht. Da hat's Buben gemacht. Was hast du da gemacht? Ach ja. Irgendwie find ich das cool. Das war dich. Diese Filme, die sie hier gemacht haben. Ach. Aber sind's drei da sind die, meine echt. Sehr, 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 sehr hübsch. So, meine lieben Freunde. Ich beende heute diese Folge. Für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Bis um vier mit der Familie Sommer und Maya. Ciao, ciao. Ich habe da geschafft. Wow. Oh, voll. Oh, Mann. Vielen Dank.